Das hat gut geklappt. So, nachladen. Und jetzt unbedingt die Pump benutzen. Okay. Okay. Und jetzt der Spaß hier. Wie mache ich das? Ah, okay. Kältebolzen, ah ja. Und Pump Money. Mensch. Ist sie tot? Ist sie tot? So, jetzt können wir die Pump Money holen. Oh, ich habe gerade noch ein Cupboard ge... Äh, nicht ein Cupboard. Warum geht der jetzt wieder hoch? Erstmal das von ganz hinten, dann müssen wir nicht so weit rennen, weil wir jetzt noch eine Munition benutzen. Eine Kugel. So. Hier ist es, das wäre auch zu einfach gewesen. Man hätte so schön einfach mit den anderen ein bisschen Story erkunden können. Ausfüllen, was hier los ist. Aber nein. 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 Da war es eine Puppe und nicht ich. Ist das irgendwie dein Hobby Sebastian? Kannst du ja an Türen so langsam aufmachen wie möglich? Gibt es ein Achievement, wenn du das... Och. Sieht so nach Bauskampf hier gerade aus. Ich habe nicht gespeichert. Dort hinten fällt mir gerade ein. Feuer. Ja. War Feuer eine gute Idee? Ja. Mit Feuer scheint es zu gehen. Mit Feuer scheint es zu gehen. Wir brauchen nur noch eine Feuerwaffe. Mit Feuer. Wir brauchen nur noch eine Feuerwehr. Oh, das ist ein Bosskampf. Wir werden mal direkt ein Feuerchen legen. Priss. Okay. Warum benutzt du... Warum hat er die Fackel nicht auf sie raufgeworfen? Warum ist der so scheiße blöd manchmal? Ja, ich bleib doch hier stehen. Ey, es hat doch vorhin so gut geklappt. Alter. Okay, offensichtlich sprinte ich jetzt hier nicht. Gut. So. Komm her. Mein Gott. Voll nicht rum. Nein. Ey. Warum brennt die nicht? Sie steht auf dem Feuer. Ich habe die Katzin schon gesehen. Nein. 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 So, wo geht's jetzt hier lang? Hier geht's hoch. Okay, bitte bleibt da unten. Hier ist ein Schalter. Okay, sie muss da rein. Warum bleibst du nicht da unten? Wie ist das möglich? Wie? Ich hab ne Idee. Okay. Okay. Was? Oh, hier ist auch eins. Ach, der Ofen ist, siehst du hier ist der Ofen. Ich muss mich ein bisschen ganz kurz ausruhen. Kannst du mal kurz warten? Danke. Hat nicht geklappt. Oh, komm hinterher. Komm bitte her. Sprint doch! Ich hasse ihn so sehr. Also Sebastian Castellanos ist die Oberpfeife vor dem Herrn. Okay. 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 Das ist offensichtlich nicht möglich. Kommst du jetzt hier raus, bitte? Okay, dann halt nicht. Das ist jetzt tot. Nein, ist sie nicht. Sie lebt noch. Wegen Sebastian L. Oberpfeife, der hier nicht mal ne vernünftig ne Leiter hofft. Jetzt mach das Teil auf, bitte. Die lebt noch. Oh, oh. Oh, endlich. Alte Flamme, Achievement. Ach, das seht ihr ja. Sogar. 8000. Das war gerade so eine Nervenreiberei, das hat mehr als... Ah ja. Ah, siehste, hier wäre noch was gewesen. Kann ich das noch nachladen? Nee. Wenigstens ist die jetzt tot und kann uns gar nichts mehr. Hä? Alter! Nach Hause, nach Hause. Die Krankenakte des Probanden führt Entwicklungsstörungen, eingeschränkte Kommunikation und soziale Kognition sowie repetitives Verhalten auf. Sinesthesie-Anzeichen berichtet. Die Anlagen weisen auf erhöhte Empfänglichkeit externer Stimuli und hohe strukturelle Anpassungsfähigkeit hin. Könntest du das sein, wonach ich all die Jahre gesucht habe? Direkt vor meinen Augen. Unglaublich. Kein Zweifel mehr. Dieser ist... kompatibel. Hä? Alter! quinze Teufels Namen! Der hat meine Fackel Einfach so geschluckt Was auch immer er da macht Scheint ganz gut zu sein Kapitel 5 Überlebt Spiel speichern Nexus Kapitel Grazie Guten Tag Bullshit Ja eine Lobotomie Sie sehen nicht gut aus Sie sollten besser auf sich aufpassen Ja Kann ich doch Nee kann ich nicht Schade Grüezi Ist hier irgendwas wichtiges Okay Okay Keine Zeitung Kein Flyer Ich gehe mich mal upgraden Und dann würde ich die Voll KPI Indienen So Was haben wir denn da Bisschen mehr Crit Hätte ich machen können Mache ich hier Crit So Und dann wird gespeichert Und dann danke ich euch fürs Zuschauen Danke dass ihr eingeschaltet habt Lasst einen Daumen nach oben Da kommentieren Bewerten Äh 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 Abo Genau Bisher alles Tschüss